So, willkommen zurück, eine neue Folge Minecraft. Ich habe schon angekündigt, wir bauen eine Stadt. Ich nenne das jetzt auch Let's Play, Bau eine Stadt. Und zwar ist dabei der Boxi, der Adena, oder was ist der Nato eigentlich? Der Kranz und der The Rock. So, und wir sind mitten im Urwald. Nato, was machen wir als erstes? Oh, was ist das, eine Ruine? Wo bist du denn? Und deine, 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 deine Ocht-Ochter-Flag-Stellung hat sich das Ding aus Jungle Temple rausgestellt. Ja, wir haben ja schon nämlich gefunden, wie wir uns mal die Map kurz angeguckt haben. Ich habe gleich mal gesagt, das ist ein Flag-Bunker. Und ich schaue wirklich aus wie ein Flag-Bunker und ich tue mir gleich diesen Flag-Bunker jetzt reservieren. Das wird mein Haus. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich jetzt erstmal ausrauben? Ja, ich muss schon gucken. Oh, ich habe den Eingang gefunden. Wo geht's denn da rein? Wartet noch, bis ich oben bin. Ich war da. Ah, ich bin jetzt hierher gekommen. Ich habe lieber eingefügt. Jetzt wartet mal, okay. So. Wo ist der Eingang? Jetzt wartet doch, ey! Ich könnte echt nicht warten. Wo kommt man da rein? Hallo, warte, 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 warte. Ich komme schon wieder raus. Aua! Aua! Der Rock, was, äh, kennst du eigentlich an den Worten, warte bitte nicht? Warte bitte nicht? Ich habe gesagt, du sollst bitte raten oder ich habe gefragt, ob du das nicht kennst. Da. Kann man die Worte kaufen? Alter. Kann man zuerst ein? Ha, 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 gibt es auch so zu gewinnen? Nee, aber ich hätte es doch echt mal warten können. Ich kenne es doch mal, hast du jetzt die Dingenschen. Was bewirkt denn das? Oh, warte mal. Ich brauche ein Licht. Alter. Ich brauche ein Licht. Ich brauche ein Licht. Ich brauche drei Damage. Aufhörungen. Aktivieren nochmal. Was, Affe? Aua! Nehmen wir mal die Truhe mit. Na klar. Alter. Ich will nicht hoch. Aua! Alter! Irgendwas schießt du. Ich bin auf die Dispenser. Geht es nicht noch weiter runter? Ey, das ist das, das ist Dispenser. Ich habe gefunden. Es wird Nacht, Leute. Cool. Komm mir jetzt erstmal. Er hat irgendwann mal Kohle? Ja, wie denn? Ich bin ja in der Holzfarmen. Holz. Ich bin aber richtiges Holz. Holz ist Holz. Kommt's mal gar kaum. Puff siehst du. Ja, Holz ist echt gut. Bin ja schon dabei. Ich bin ja schon dabei. Also, es ist Wasser. Ich will ins Wasser springen. Sagen wir mal die ganze... doofes Zeug hier. Hier ist richtiges Holz. Das ist richtiges Holz. Gibt's einen Unterschied? Eichenholz, ja. Eichenholz. Es ist mir doch so wurscht, was für ein Holz Hauptsache Holz. Holz ist Holz. Ich hole mal gleich ein bisschen Holz. Also, ich habe ein Stack Holz. Fleisch ist Fleisch. Na 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 na. Also, irgendwie werden wir aus dem Timeset der wäre angebracht hier. Nee. Ja, du bist das ja weiter. Aber lass, 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 lass Nacht werden. Das ist sonst kacke. Spielen wir Hardcore-Maincraft? Ja, wir haben ja gerade erst angefangen. Ja, trotzdem ist es langweilig. Das ist ja der Sinn der Sache. Das sind der Übungen. Dass man da überleben tut. Dass du dich dann... Ja, genau. Weil im Überleben liegt die... Na, im Schafen liegt die Kraft. Oh, ich habe einen Appel. Ein Apple. Ich habe einen Appel und ein Ei. Ich habe einen Appel. Ich habe einen Appel und ein Ei. Appelkorn. Ich habe... Ich habe... Ich habe Mushrooms. Ich habe gerade einen Appel. Appel. So, und ich mache mir jetzt mal gleich hier. Aber the rock ist schon wieder. Und... Ja, ich esse. Ich esse. Ich mag mir da mal mal Kohle. Scheiße. Mit Kohle, ey. Wird das Leben viel besser. Vor allem männlicher. Männlich. Männlich. Ein, ein insider auf ihrem. Ey, das ist ja nicht deiner. Das ist unzunner. Ethosaut. So, ich brauche jetzt Stein. Und ich... Baute jetzt einfach mal mein eigener Tempel ab, weil ich jetzt zu dringend Stein brauche. Ich bin schon dabei. einen Ofen zu bauen der Oberlohn diesen Ofen ja also ob sie schon einen Ofen ich suche noch Stein Alter kommt oh was der Blink ich hoffe ihr seht was es mich recht dunkel hier auch wunderbar ich habe einen Ofen der leichte mir vor mich heim den Ofen brauche ich mehr Holz ihr braucht mehr Holz vor der Hütte wir brauchen mehr Holz so typisches Strategiespiel wir brauchen mehr Holz wir brauchen mehr Eisen sie werden angegriffen unterhaltschmehl ah das Standardspruch wow aha Hälte du hast jetzt... er hat den Ofen bei mir reingebaut da wollte ich grad einen Ofen bauen holen wir können keine fucking Dinger aufstehen oh fucking glaub du did is wrong ach da mal ein bisschen Licht juhu wir haben Licht nicht lange blackout the light over lol was ein cooler Flakturm hier ja du mit deiner Flakturm jetzt schau dir wirklich aus wie Flakturm du bist Flakturm du bist Flakturm du bist Flakturm siehste Flakturm siehste Flakturm das tötet Menschen deine Holzkohle ist fertig Boxe ja wo du nicht zogst meine Arschelang ja ich weiß ja nicht wie es euch geht aber der Bobo hier und das bin ich hat ein Eisenschwert alter alter ja der hat den Tempel gelootet der hat den Tempel gelootet achso er hat sich wieder alles geklautet der kleine ja der kleine aber wir müssen den ganzen bemoosten Stein ausbauen das schaut ja schrecklich aus alter was hast du gegen den bemoosten Stein er schaut grün aus ich nehm ihn meiner hast du gerne nehmen ok jetzt wollen wir mal Höhle erkunden gehen ein bisschen Kohle suchen oder mir ist das halt die Fluche warte mal kurz hat mal kurz jemand zwei Fackeln für mich ne ich bin selber gerade bei ihm auch Fackeln zu machen ok jetzt kann man holzschwert vor selber ja schwertmäßig hab ich überhaupt kein Problem weil ich hab loll ich hab'n Setzling ok ich hab'n holzschwert und vierfachen Attacke ja du hast es schwer ich hab'n Setzling also ich bin mal dafür dass wir die großen Bäume mal nicht abbauen weil das gibt ja später die ist gut ja wo bist du halt ich will da raus ich hänge dickicht fest ach ganz so ich hab Fackeln oh ja weil sie spinnen unten na da geh' ich jetzt nicht hin ach du hast den Tipperwood aktiviert ich denk mir die ganze Zeit wo verschwind'n der Bäume mehr hin ja das ist ein Bucketser aber hab'n nicht geschaut ob es ein Standard ist normaler das noch einmal der Zeit bei Wort drauf oh ich hab'n Kakaobohne gefordert also noch ein Stück ja wer macht'n so'n Scheiße hier oh hier sind ja jede Menge Kakaobohne ja irgendwie sind aber keine Viecher da ja schon wahrscheinlich so dicht für die Viechzeug boah ich will jetzt nicht mal ne Höhle fetten ich hab' so langsam auch mal ein bisschen Achtung Skelett nimmst du mal deine Kohle raus ich bräuchte den Ofen mal warte 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 erledigt ach so lebt ihr hier unten hier oben dein Ding ins Kirchensbein und tust du die Holzkohle rein weil Holzkohle länger brennt er ist ja wurscht oh da ich brauch' unbedingt wurscht wurscht auf dich denken Rocktalks! wirtschaftlich! kannst du nicht mal mit Wirtschaft hehehehe dann warten wir und warten wir und warten wir boah wir müssen hier wahrscheinlich nach unten grenzen ja Rocktalks hast du dein Holz? danke äh nö oh 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 ich hab'n Holz das ist ein Holzbretter besser gesagt oh 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 ich glaub' ich komm' auch wieder hoch da hey warte das ist mein Holz kannst du mir mein Holz wiedergeben? jenes danke das ist eine ungünstige Stelle hier jetzt haben wir eine Karte irgendwie ja die konnte ich mir jetzt gerade leider nicht installieren weil 162 scheiße ist weiße Wattgrenz wir gehen jetzt zurück und buddeln bei mir NEIN und buddeln bei mir weiter da bist du ich muss gleich mal kurz hier hoch finden dort leuchten wir mal die Hütte hier aus Holz von der Hütte her oah sag mal hattest du auch eine andere Sprüche auf Lager? das ist ein Suspender die andere Sprüche meinst du so wie töten macht Spaß oder lang lebe der Tod oder deine Standardsprüche lang lebe der Tod ok das tötet Leute hauptsächlich attention 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 att Das ist toll, Leute! Attention shooting, people can kill them! Boah, dieses Zombie hier eh! Brauch Essen! Oh, Zombie! Und machst du jetzt! Fuck, Essen war ja auch echt mal nicht schlecht! Fox, ich bin dafür, dass du ausziehst! Du wolltest keine grünen Steine! Ja, die hätte ich schon selber abgebaut! Oh, ist noch ein Skelett! Weil ich will Erfahrungspunkte haben! Ich habe ja nicht gesagt, dass ich sofort keine grünen Steine habe! Ich baue sie mir dann irgendwann mal ab! Ich brauche mir nicht was zu essen, weil sonst bin ich gleich tot! Ich auch, ich habe nur... 10,5 Stern, Herzen! Ah! Creeper! Genau deshalb! Alter, da ist ja voll die Schaltung hier drin! Ja, nein! Doch! Oh! Scheiße, Scheiße! Scheiße, Scheiße! Scheiße, Scheiße! Scheiße, 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 Scheiße! Da Kranz, der Rock, der ist scheiße! Hehehehe! Ja, wir haben ein Loch in de Boden! Ja, wir haben ein Loch in de Boden! So, wenn Rocktox hier oben baut, dann baue ich glatt da unten! Jo! Äh, deine Kiste nehmst du die auch mit, oder? Nee, schenk ich dir! Jawohl, geil! Ein Umzugsgeschenk! Einzugsgeschenk! Auszugsgeschenk! Ah, ich sterbe! Ich muss zu meiner Truhe! Wo ist meine Truhe? Es wird Tag! Das macht's nicht besser, dass hier so ewig viele Viecher sind! Mann! Leck mich! Wo ist meine Truhe verdammt? Ich will doch nur Ruhe und Frieden, die Arschlöcher! Jawohl, Blut und Morde! Halt mal, wo ist meine... Wo ist meine... Oh mein Gott, ein Mini-Zombie! Was, ein Mini-Zombie? Ja, ein Mini-Zombie! Was ist denn das? Da war so ein Mini-Zombie! So, ein halber Zombie! So, sorry, was hast denn du? Ach, du stirbst ja gar nicht! Was hast du, bitte? Schlimmarkt, Holzschwert, Kuh, Hintweiß, Taubon, Bergbank, Holzhacker, Karoffzie, oder? Zombiefleisch kannst du haben, Pfeil und... Ah, da köpelt es meiner! Zick, köpelt es! Oh Gott! Scheiße, 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 scheiße! Ah, wo hab ich denn in mein Lager aufgeschlagen? Ah, hat irgendwer Eisen? Nö! Scheiße! Weil ich glaub, ein Feuerzeug wär jetzt ganz praktisch! I got the achievement, the achievement! Na, keiner facken! Oh Mann, der Mini-Zombie geht mir im Sack! Ich will ja nur das Gerümpel um meinen Flak-Turm rum-rum abfackeln. Verbrannte Erde, so zu sagen! Eieiei! Wenn du bei deinen Flak-Turm alles abfackelst, dann fackelt der ganze Wald ab. Ja! 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 Hier ist meine... Truhe! Genau das habe ich vor! Eine Stadzebaum braucht beim Platz! Ja, aber du musst nicht den ganzen Wald, deswegen abholzen! Waaah! 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 Hier war es! Perfekt! Waaah! Sie haben natürlich jetzt sehr intelligente Gesprächsthemen Dann gibt's 12 Cola Wie gesagt, wir könnten auch über die Bestandteile von Scheiße diskutieren Nee, Ostinatox Es gibt kultiviertere Themen Allerdings nicht bei uns NSA, USA USA, USA Hallo? Wir haben von Kultur geredet, nicht von irgendetwas Das ist schon Kultur Sehr schön Heieiei Heieieiei Baut man mal einen Sandblock ab Und schon stützt die ganze Bude ein I did it wrong Ich kann's nur immer wieder sagen Hacke 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 Geht das ganze Grünzeug jetzt auch mal weg hier So viel Kacke Das will keiner wissen Das ist voller Scheiß Er kann aber auch nicht auf Er kann aber auch nicht auf Lieber Herr Ostinatox schon auch am Sack geht mit seinen dummen Sprüchen Schreibt es bitte unter die Kommentare Und bei 50 Kommentare Ostinatox Sprüche sind Scheiße Hau ich ihm einen in die Fresse Er tut's wirklich Mit Freude Ich hör zurück Das ist mir egal Leude Eitsch Rar Der Rock, was willst du uns damit sagen? Sehr demokratisch Ja 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 wieder mit deinem äh Revolver Wir wissen Nur zu einfach liebe Zuschauer Der Revolver ist nicht echt Es ist nur Airsoft Aber die brennt höllisch Schaut euch einfach das Airsoft Video an Aua ich hab irgendwo Schaden bekommen Der ist nicht einfach das Airsoft Video ansehen So Aua ich krieg Schaden Das ist ein Mini-Zombie Wie sagt ihr das? Das ist ein Mini-Zombie Keine Ahnung warum ich krieg die ganze Zeit Schaden Achso ich hab kein Essen Aua Äh Aua aussage Aua kriegt man hier irgendwo Samen her? Ah ja doch da Ich muss immer anfangen Farmer zu werden Du bist der Farmer Danke Ich wollte es kurz singen Krieg's keine Frau Ne komm wir tun jetzt nicht über Bauern lästern Ja ich bin der Bauernbrüdergeber Nee, da wohnst du in einem alten Haus. Und sie haben Hedln. Ja mein Gott, das macht mich nur nicht zum Bauern.